Tempo 30 Wegen Straßenschäden Jetzt haben wir wieder Tempo 50 Jetzt kommen wir in der Hochzone. Jetzt haben wir wieder Tempo 30. Niemand weiß warum. Jetzt haben wir wieder Tempo 50. Jetzt haben wir wieder Tempo 30. Das weiß immer noch keiner warum. Jetzt haben wir Tempo 50 und als Sondergeschichte zieht jetzt die Fahrradspur auf die Straße. Jetzt haben wir wieder Tempo 30. Und jetzt 100 Meter vor der Ampel haben wir wieder Tempo 50. Keiner weiß warum. Und jetzt haben wir wieder Tempo 50.